Warum haben Elefanten große Ohren? Ach so, weißt du warum? Ja, weißt du warum? Ich weiß es nicht. Weißt du, was das ist? Ja, sag mir warum. Hallo. Hallo. Zunächst einmal muss man wissen, dass Elefanten oft in sehr heißen Klimazonen leben. Daher haben sie Anpassungen entwickelt, die ihnen helfen, ihre Körpertemperatur zu regulieren. Die großen Ohren der Elefanten haben viele wichtige Funktionen. Aber eine der entscheidendsten ist, dass sie helfen, ihre Körpertemperatur zu regulieren, vor allem in den heißen Klimazonen, in denen sie leben, wie in Afrika oder Asien. Wenn es heiß ist, benutzen Elefanten ihre großen Ohren als Ventilatoren. Indem sie ihre Ohrrören vor- und zurückbewegen, erzeugen sie einen Luftstrom um sie herum. Die Haut an ihren Ohren ist sehr dünn und enthält viele Blutgefäße. Wenn Elefanten mit den Ohren wackeln, strömt die Luft um diese Blutgefäße herum und kühlt das durchströmende Blut. Dieses gekühlte Blut fließt dann in den Rest ihres Körpers zurück, was dazu beiträgt, ihre Körpertemperatur zu senken. Die großen Ohren der Elefanten dienen nicht nur der Kühlung. Sie sind auch für die Kommunikation nützlich. Elefanten benutzen ihre Ohren, um ihre Gefühle zu zeigen. Wenn sie sich zum Beispiel bedroht fühlen oder größer erscheinen wollen, um einen Feind zu erschrecken, spreizen sie ihre Ohren, um imposanter zu wirken. Neben all dem helfen die großen Ohren den Elefanten auch beim Hören. Elefanten haben ein ausgezeichnetes Gehör und ihre großen Ohren nehmen Geräusche besser auf, sodass sie auch Geräusche aus der Ferne hören können. Zieh, Bibei, Rufe anderer Elefanten oder potenzielle Gefahren. So sind die großen Ohren der Elefanten vielseitige Werkzeuge, die ihnen helfen, kühl zu bleiben, zu kommunizieren und ihr Wohlbefinden in der Wildnis. So, jetzt weißt du, warum Elefanten große Ohren haben.